hallo und herzlich willkommen bei ob du behindert bist part nummer 83 ja krisinho scharn und die ganze meute sind weg deshalb heute mit dem ei des bin was geht aus der wahl mit robert vielleicht schaffen sie noch leiser zu sagen mit dem abonnenten dem helle ok der hat schon schild am start und ja einen besonderen gast die bro gaming ja hallo wir können auch die sagen die adi ja so wie steht das auch mal versuchen wir retten adrian aber okay so des bin und las was seid ihr so schüchtern soweit die aufnahme läuft hier verstehe ich gar nicht ja ich verstehe das schon bei mir bitte halt doch die klappe robert aha guck mal der lesbe taut schon mal auf hier also erst mal können die spackos mich hierhin aufhören anzuschreien das ist schon mal die erste regel überhaupt das schreien finde ich nicht gut so ich habe unterstützung dabei ist der heller eigentlich hier im skype also die tollen hat er einen sagen die jetzt las oder eines ich weiß gar nicht warum doch ich ja dann kam aber zu so wo wir es der no name krieger da ja eigentlich kommt da kann man sich in den wesen der commander krieger ich bin mit diesen las und eines wenn ich schreien da gerade vor rum also bei der wieviel vorgesucht die denn 82 oder da jetzt haben sie deinen namen gesagt ob du behindert bist es denn du behindert bist so ich rush die durch den tunnel ja ich würde sagen wir machen erst mal zu haben wir eigentlich einen plan oder machen wir einfach sparta plan ist schlecht bei uns also besonders mit krieger wird am besten läuft wobei durch den tunnel machen dann die tür zu damit dann jemand zurückkommt gogo ja auch die tür zu wobei wir gehen aus da wo auch die sie ich bin mir abgeballert worden und zwar oben im haus im camp aus danke ganz oben im camp aus der seite nein bei denen ist die noch da die münze meine alles wo ist denn der ach der ist oben im dach und mich kann man einsammeln das geht da ist keiner der sammelt mich jetzt ein der ist der ist nur nein nein der ist nur oben am rumpimmeln oder die bombe schützten sonst was ist man hier oben wo er hat oben oben hoch zu schießen plan immer hier später ich mich ein lenkrad wieder ist nein mein controller ist seit lenkrat auch noch falsch rum. Ja, hol ihn raus, bitte. Das ist COD-Gott, der hat YouTube revolutioniert, Alter. Oh, fuck, man. Habt ihr das gehört? Kommt mal, der ist COD-Gott. Der hat YouTube revolutioniert. Ich hab's gehört. Da merkst du direkt, keine Ahnung, die Spacken. Die haben auch nur einen Arm und ein Auge. Hör dir mal bitte auf, hier meine... Wer hat da übrigens gerade gelacht? Meine Abonnenten, äh... Ja? Warum wohl? Ja, wegen mir. Also mir und deswegen halt. Standard, ne? Ich glaube, du nehmst die Wünschtungefühl. Ey, kein Problem fürs Carrying, Leute, machen wir gerne. Hauptsache Lars, gammelt sich die Bombe. Ich verstehe auch. Ja, Mensch. Ränd alle weg, bitte, danke. Ja. Hier hat einer ein paar Granaten reingeworfen, deswegen. Ah, pass auf, da ist ne. Da kommt einer, ich hör ihn. Ich geh oben lang. Pass auf, da ist ne USB-V unten drin, ne? Einer ist in diesem Fenster. Ja, ich weiss, wie das heißt. Alter. Abschluss bestätigt. Oh, ich hör die Tür hier aufgehen. Ja, ja, ja. Das war ich. Das war ich. Das war ich. Werd. Kein Teamplay. Hab ihn. War da noch einer? Wir proben uns wieder einer im Camperhaus. Hinter uns! Shit, Mann. Nicht bei B-Ling. Nicht, nicht da liegen. Doch. Ich bin bei A. Geh in das Häuschen ran, Lars. Da ist scheiße, da bist du offen wie ein Scholl. Der ist im Camperhaus. Oder hier. Okay, wir müssen uns, wir müssen mal konzentrieren. Oh, warte. Was müssen die machen? Konzentrieren. Da müssen wir auf jeden Fall was die nächste Person machen. Ja, ob du behindert bist, Commander. Ob du behindert bist. Das ist auf jeden Fall das Aim, was YouTube revolutioniert hat. Ja. Schön liegen außer Hüfte. Ich hab jetzt nicht gesehen, wer mich hier geschüpfst hat. Aber der soll dich bis jetzt hier mal angesprochen fühlen. Entschuldigung, Lars. Ne, du warst das nicht. Das ist doch schlimm. Ja, du warst das. Trotzdem. Ich bin einfach so nett. Nein! Im Tunnel einer. Äh, zwei über die ganz rechte Seite. Einer gammelt ganz, äh, von unserem Spawnhaus. Ganz links außen. Dankeschön. Ja, Lars. Ganz links außen. Links außen. Bei denen auf der Seite. Ey, jetzt kannst du meine Münze einsammeln. Komm, Lars. Da gibt Punkte. Ja, aber du bist das halt, ne? Und ein Depp. Sag ich doch. Scheiße, Mann. Nach oben. Fuck. Wo? Ja, der sitzt oben auf diesem Durchgang da, wo man auch aufs Dach drauf sitzen kann. Oh, cool. Danke. Habt ihr den denn da weggeholt, oder bin ich dann wieder weg? Lars, unter dir ist eine Münze. Unter dir ist eine Münze. Wieso sieht er mich besser als ich den? Guck dann auf die seine Münze drauf. Da guckt einer drauf. Ah, wieder einer bei uns, ganz rechts in der Ecke, wo der Übergang zur, zur Lkw-Brücke ist. Warum hängt die alle an einer Position? Team Play. Ey, belebt mich nie mal wieder. Ich glaub schon 1-3 nach zwei Runden. Andere wollen darum, weil sie nicht wiederbelebt werden. Wir reden dürfen, bitte. 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 Bitte, Walla. Bitte, Walla. Ja. Was für uns? Oh, einer. Letzten ruhig mehr. Ach, bin ich schlecht. Das ist korrekt. Das Aim hat YouTube-Revolution. Ja, aber locker. Duberweise sind wir Angreifer. Oh, recht. Hättest die Münze auch noch retten können, ne? Ey, Leute. Das war echt gut gespielt. Der Aufreißer. Lars, wir sind die Beste. Aber guck mal, guck mal der Helle. Nicht schlecht. Sechsmal jemanden gerettet. Ja, haben wir gekämmt oder haben wir einen? Ja, werden sonst, ne? Können wir euch mal eine PS4 holen? Die Grafik ist nicht zum Kotzen. Ja, ne. Das Problem, wenn man das einzige eine hat, weißt du, dass wir einen anderen mit dir. Ja, kenn ich. Erstmal alle Türen hier zumachen. Ich höre ihn hier, der ist hier bei den Bahndingern. Ach, schlecht. Gibt so wenige Bahndinger, oder? Ja, man kann mich noch wiederbeleben, Mensch. Immerhin. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, ich habe aber den Typen, der dich eingesammelt hat, habe ich geholt. Immerhin. Alter, rechts noch einer, rechts noch einer, rechts noch einer. Alter. Unter dir. Unter dir. Links. Links ist einer. Da ist er doch! Wo ist er denn links, Alter? Was? Da bist du blind, oder was? Auf den Nissen? Da ist doch nur deine Teppe, du Sackgesicht! Alter. Ja, dann sprich mich nicht an, Alter. Ich habe doch irgendwas gehört. Halt doch einfach an den Rand. Ja, den hättest du dann auch nicht gesehen. Wenn du da wie nacktmull durch die Gegend rennst. Ja, ich wäre auch nicht da hingegangen, ist das Problem. Da kommt der Nächste. Jetzt muss noch ruhig sein. Ja, genau. Guck mal, der Despen, der weiß wen er retten muss. Das ist richtig, das ist Einsatz. So macht man das. Wir sind auf der anderen Seite. Lass die legen. Mach mal hin, ist geil, die müssen noch legen, ja. Einer bei B, einer bei A. Rechts ist die Tür zu. Ich würde ja sagen, beide zu A. Hier, wir sind gut, ja. Ihr seid eher kacke. Das muss man jetzt mal bei euch berücksichtigen. Rechts neben dir läuft ein. Ich bin bei A. Ich bin bei A. Despen. Ich hab auch eine. Ihr seid... Einer ist auch da. Einer lebt noch, einer lebt noch. Despen, ich defuse. Hä, echt? Der steht an der Bombe. Oh, Leute. Nice, Lars. Boah, haben wir das carried. Noch eine Runde länger. Nee, wir haben verloren. Das Team kann man nicht carry'n, ey. Aber wir haben verloren, fuck. Boah, ich hab mich neben den gestellt. Verlost. Sie wurde ihm ins Gesicht vor. Dass einer überhaupt eine Bombe überlebt. Ich wollte ihm ins Gesicht. Ja, typischer Lager. Das haben ich und Despen von euch erwartet. Selbst das bekommt ihr nicht hin. Ich mein, Leute. Es kann nicht sein, dass wir immer die letzten zwei überlebenden sind und was carry'n müssen. Aber... Jetzt hab ich auch langsam keine Lust mehr drauf mit euch, eh? Ah, drei Mann im Tunnel. Drei Mann im Tunnel. Drei Mann im Tunnel. Zwei noch im Tunnel. Okay. Ach, der liegt hier. Och! Hund, hol ihn! Jawoll! Und Scheiße, hat sich der Fifi schon gelohnt, ey. Komm da, ne? Er deckt die Bomben beim B, kann auch sein. Hast du? Oh, er hockt da in der Ecke. Oh, er hockt da im Tunnel. Aber lass ihn kommen. Wieso finde ich eigentlich immer die Mongos? Und einer da drin, wo das Tor zugegangen ist, glaube ich. Nee, das hab ich gemacht. Das ist okay. Ja. Hast du ihn. Oh, da ist einer bei... Oh, nice. Das Kommandercrieger-Elf wieder. FD-Web. 4-1. Geht. Da hab ich gebaitet, den Typen, ne? Ja. Gibt's auch so'n Glücks-Perk oder sowas? Was du ausgerüstet hast, bist du immer hinter den Gegnern. Ja! Das nennt sich taktisches Spiel, Junge. Ach so, okay. Aber es ist das Schöne, wenn du... Da kennt man das auch. Ich kenn da nen anderen Ausdruck für Krieger, ne? Ich weiß nicht, warum wir ganz unten sind, Lars. Ich find das irgendwie unfair das Spiel. Ja, wir bleiben... Wir sind eher so die Super... Wir sind eher so Batman... Superman. Die retten halt alles, aber bleiben halt doch eher unerkannt. Ah, ich find das. Boah, geht dem ja auch. Ohne Scheiß, wie man so viel Scheiße den ganzen Tag labern kann, wie hier. Das ist wirklich schon sensationell. Leistung. Alter. Ich will nur... Warte, was habt ihr... Das fass ich als Lob auf. Danke dafür schonmal. Ja, ist das. Ja, Stolheben. Die waren wirklich zackenexiger. Die sind alle nicht so gut, haben die gerade gesagt. Hast du was gehört, was? Die haben alles nicht so gut außer dieser Eidespin und der Jockswander. Ja! Hab ich auch gehört. Ich hab die zwar gemutet, aber genau das hab ich auch gehört. Ja, Boah, die reden gerade über deine Zweierquote. Wie ist die denn zustande gekommen? Bisher hab ich da noch nicht viel von gesehen. Ich hab mir mal von dir abgeguckt, wie man campt und dann dachte ich mir, zieh's mal durch. Don't be Hayden! Ich versteh nicht, warum sie nicht... Don't be Hayden! Wo baut man am besten sein Zelt auf, um sich da hinzukäppen? Übrigens, der BoGaming ist der, der Kommentiers gewonnen hat. Für die Leute, die jetzt fragen, wer ist denn der Typ überhaupt? Wer ist denn der Typ überhaupt? Ja, du hast Glück gehabt, Bro. Nämlich jetzt Bro. Ich hab mir gewonnen. Da hast du Glück gehabt. Da musst du ja einsehen. Weil Duffy, Despen und Spakolas... Ja, hätten wir mitgemacht, hätten wir locker gewonnen. Wir waren überqualifiziert. Das wird, als würde sie ein... Ja, mit der Rechtschreibung. Ey, da muss man reden. Wir haben unser Video sofort wieder gelöscht da, weil Krieger überhaupt irgendwie nicht. Keine Ahnung, der war dazu. Wahrscheinlich ins Forum reingepostet gekriegt, ne? So einen Link kopieren und so. Krieger wollte halt nicht so ein direktes Train haben. Und also... Krieger ist halt ein bescheidener junger Mann. Wie, wie nicht zur Mauer? Willst du mich verarschen oder? Weder bescheiden, weder bescheiden noch jung noch... Wie nicht zur Mauer, willst du mich verarschen? Wie geil ist das denn? Oh, wir müssen übrigens legen. Na komm, der Bo... Der Bo... Der Bo ist aber auch da oben ganz gut am Schimmel, ne? Was soll ich machen? In Spawn reinrennen oder was? Dahinten ist einer. Ja, genau. Und alles ist gut. Kommt der rein. Okay. Ach, ich lieg da neben mir. Oh, hab ich mich gerettet. Na, da ist er nicht. Hier. Oh, guck mal hier. Jetzt rette ich den Krieger, weißt du? Dann ist er... Wieso das denn nicht? Liegt der da? Nein. Der war oben am Spawn. Guck mal hier, dann kannst du mich einsammeln. Jawohl. Die Bombe wurde platziert. Sind wir jetzt quittet? Hohohoho. Hallo. Hier kämp' ich schon. Ihr könnt nicht alle hier campen, wo ich kämp'. Wie, wie? Da kannst du dich glauben. Ich hab die abgeschossen, alles gut? Nein! Nein! Wo kam er? Wo kam er? Wo kam er? Von hinten. Irgendwo bei der Burg ist er jetzt. Ist das der letzte oder was? Ne. Ne, zwei sinds noch. Boah. Einer ist auf jeden Fall Burg. Hab ihn. Nein, ich hab ihn. Ich bait ihn, Krieger. Krieger reagiert natürlich überhaupt nicht. Der ist da hinten am Farmerhaus irgendwo, was weiß ich. Ansonsten Häuser sind. Irgendwo Rechtskrieger da. Ah, er hat mich nochmal angeschossen. Pfff. Staubsaurer 5000. Ja, der saugt auf jeden Fall die Kugeln an, ey. Obwohl, ne, der hat überlebt. Scheiße. Na, ausgesehen. Oh, ich will auch den Aufnäher, den der Helle da hat. Oh, will ich auch haben. Muss mal ein bisschen besser spielen, du Bastard, ey. Naja, muss ja diesen Pass kommen. Krieger, was machst du eigentlich da unten? Fucko. Es ist... Ja, klar. Komm. Na, wo ist er denn jetzt hin? Scheiße. Boah, ich hab aber auch einen Aim, ey. Ficken. MAN! Einer ist auf jeden Fall noch im A-Haus drin. Im A-Haus. Ja. Wie soll ich euch das jetzt sagen? Uuuuh. Rechts. Ja, da rechts müsste jetzt noch einer sein. Oh mein Gott. Rette mich da mal. Da rettet gerade einer die Feinde, der ist hier irgendwo. Wo war der denn, Lars? Wir sind bei A, auf dem Weg zu A, auf dem hohen Pass, auf dem Hochpass. Toll. Oh, Leute, ich bin direkt bei Biggestone. Ich würde hinter den Zaun gehen, Krieger. Ja, hinter diese Staunenbauer, genau, von da aus. Da muss Schalldämpfer hier snipen. Ach so, oh fuck. Da sind mindestens zwei. Wo, im A-Haus? Jetzt kann ich nicht mehr nachladen. Ich nehme A-Haus, vielleicht rechts, rechts am Pass. Da. Weiß lag, Alter. Da ist einer, links an der Wand, links an der Wand. Die Links. Ja, ja. Wieso schießt du nicht? Warum ich nicht schieße? Das hat einen Grund. Okay. Ja. Ey, ihr müsst mal die Bomben einsammeln. Ja, da stehen 100 Pro noch Leute. Ach so, du wolltest sterben, alles klar. Genau. MAAAN! Das ist für ein Einer, das ist hinter mir. Ihr macht mich auch nervös. Ja, siehst du, jetzt singst du. Seid mal kurz leise, bitte. Seid mal kurz leise, bitte. Hinter dir! Na, Alter. Der ist da wirklich. Der Spin, der hat mich da gerade eben abgeknallt. Schön für dich. Aber du bist nicht so sneaky wie der Spin. Da war, da war, da war. Ja, ist klar. Ich dachte, der kommt nicht, äh. Halt doch die Fresse, Krieger, äh. Ich bin eh weit unten. Ich komme jetzt der Maul richtig auf. Äh, tu mir bitte einen Gefallen, Krieger, und hau die Sniper weg, ja? Ja, habe ich schon. Ja, danke. Okay, ich habe einen Assist bekommen. Wir wissen alle, wer hier der Sniper vor ist. Danke, danke. Können wir mal nach B gehen? Oh, ich nehme doch mal die Bombe, ne? Ja, irgendwie will keiner mehr, kann das, ne? Bei mir ist er auch wirklich sicher. Mittendurch, der Spin. Ja, tschüss, der Spin. Mein Maut. Ja, so muss man das machen. Mal ran, da von hinten. Auf mich wurde geschossen. Tor ist zu. Ja, dann haut ruf die Bombe. Ja, ich habe sie nicht. Die hat hier... Der liegt da, der ist da. Habt ihr den? Nein, der ist da noch, Digga. Wo ist der? Was ist mit meinem USPV los? Der müsste da sitzen noch. Ja, der ist da immer noch, ey. Ich habe ihn. Ja, dann tschüss ihn doch mal. Der steht... Wer, wer steht denn hier? Warte, das gucke ich mir jetzt an. Wer ist das? So, wer ist das hier mit mir? Äh... Unten, unten, da kommt einer rein. Der ist jetzt oben. Der holt oben die Münze. Komm zu B. Nein. Was das hier? Will ja keiner wieder kommen. Oh, Gott. Ich habe auch, dass die von hinten kommen, ne? Alter, voll sicher. Ja, wir waren aber auf den Weg. Na ja, jetzt schimm mal eine Runde hier. Oh, dich habe ich... Links... Ah, ne, lastert ihr. Schnell bei mir ein. Ja, ich sehe ihn auch. Äh... Nice. Ah, schön um die Ecke gelehnt hier, ey. Wie ein Chamäleon an die Umgebung passt. Boah! Ältes Chamäleon, ey. Ältes bin ey. Aber kämpfen tun sie gut, ey. Ältes Chamäleon. Ältes Chamäleon. Auch geil. Aber kämpfen tun sie gut. Wir verteidigen die Bombe, Leute. Was erwartet ihr? Also wenn wir jetzt hier... Ich bin ja dafür berühmt, dass ich hier oben renne. Was soll das denn? Oh, lass mal die B-Bombe legen. Einfach zur A rennen. Wo ist Bonnie nochmal? Ach ja, da hinten, ne? Ey, warum verliere ich meine Serie, wenn ich die Klasse wechsle? Warum geht eigentlich... Die werden zur A laufen, ne? Denke ich. Äh, schätze ich einfach mal. Also bei B ist gar nichts. Na, nada. Überhaupt nicht. Das liegt wahrscheinlich, weil die alle bei A sind. Ich würde dir jetzt raten, dass die bei A sind. Hätte ich jetzt nicht so gesagt, aber wenn du das sagst. Also da schießt auf jeden Fall schon einer. Ja. Aber wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Mhm. Zum Glück kommen wir dich mit ihm. Mal gucken, wie wir da jetzt noch hinkommen. Ohne gleich auf den Sack zu kriegen. Voll drauf. Alle gleichzeitig. Wo? Einen hab ich. Außen. Außen. Zwei Stück. Zwei Stück da. Das werden wir nicht schaffen. Nee. Das war dämlich, als wir alle hingerannt sind. Alter, die Knarre. Ich weiß nicht, mit welcher Waffe ich spielen soll. Das geht mir ums. Warum hattest du keinen Schuss mehr? Ich? Ja. Hab dich doch gerettet, ey. Ich hab mit der MSBS gespielt. Die hatte noch Schuss. Da stand, also bei meiner Anzeige, wie ich dir zugeguckt hab, stand 0-0. Nee, das ist mein Score. Haha. Nein. Der wird Kräer. Oh, da wird's. Ey, nicht schubsen hier, also. Machen wir jetzt halbe halbe, oder was? Ja. Hm. Die rennen, glaub ich, nach B. Ich glaub, ich seh die da hinten alle lang rennen. Ja. Ja, ja, da hast recht. Ja, hier ist was, hier ist was. Der wird da. B. A ist gut, gut aufgepasst. Ja, ich bin ja für mein Achtlauge bekannt. Das hat uns jetzt echt. Wenn wir die jetzt von hinten alle kriegen, dann... Nein! Mann! Alle Mann! Alle Mann! B! Ich hab mir Sentex mitnehmen müssen, ey. Da sind zwei. Egal. Einer hab ich. Guck mal. Da war noch einer. Jetzt hab ich aber hier... Guck dir das an. Oh, da ist einer. Auf der Treppe, das war klar. Hol' ihn, hol' ihn, hol' ihn, hol' ihn. Ach komm schon, was macht mein Hund? Ui! Noll! Tja, noll! War da ein Stein, den ich die ganze Zeit abgeschossen hab, oder was? Mann, ey. Ich spiel grad wie ein behinderter... Drecksschwanger. Mein Sechskrieger. Wacht bei dir? Oben links, oben links. Hab ich einen Stein abgeknallt, oder? Mann, die sind um die Ecke, Alter. Alter! Nein, ist ja nicht. Du sollst ja nen Hund haben. Nächste Runde. Wenn du dich da hinlegst... Achso. 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 Rechts unten rein! Rechts unten rein! Na, der Schaubsauer. Na, der Schaubsauer. Keiner noch. Nice, Helle. Alter. Was auf jeden Fall die richtige eingeladen worden ist. Mann, der hat so einen coolen Aufnäher. Der kann so da ran haben und hat einen Hund. Der kann sogar Campstrike. Campstrike, ja. Ja. Ich würd mich da hinlegen, der Hund macht das schon, glaub ich. Glaub ich auch so sagen. Nein. Legt die Bombe da. Wie viele nehmen denn noch einer, ne? Einer, das denn schlechteste eigentlich. Bleib ruhig, bleib ruhig. Rechts kommt der. Ja, das war der Hund, Leute. Hört euch nicht, ne? Bringt nix, wenn ihr mit dem redet. Nice! Richtig geil! Das war auch geil von ihm, dass er da einfach so reinspringt. Helft mich da nicht sehen. So ein Feuerwerk hat noch gefehlt. Brauch nicht gucken! Ich bin ich! So ne Marschkapelle, bevor der da reinspringt. Ja, ich hab'n Hack-Door, Leute. Ich hab'n behindertes Aim. Ich glaub'n, die gehen nach A. Hallo! Ich glaub' auch, dass die nach A gehen. Verschieb' nach A. Ich komm' nach A. Mit Hector. Lass' einen luschen. Ich luscher' hier bei B. Ja komm, wir gehen nach A. Ich luscher' hier bei B. Ah, da sind sie, da sind sie. Bei A. Oh, eine Granate. Zwei Stück mindestens, bei der Mauer. Wenn Hector rennt wohin? Er hat ne Fährte aufgelöst! Alter! Dein Hund, Alter! Der klettert in den Dach hoch! Der ist oben aufs Dach drauf gesprungen! Das ist die Verarschung! Übel! Übel, Alter! Ja! Hast du mit dem Parkour geübt, ey! Krass! What the fuck! Der ist einfach ne 5 Meter hohe Leiter hoch! Der ist einfach so hoch gesprungen, Alter! Nice one, Hector! Du bist der geilste! Krass! Dieser Hund, ey! Die Hunde sind so geil, einfach nur! Der beste Abschluss der hier im Spiel! Die Hunde sind die geilsten Tiere, einfach! Das auch! Mit Schildkröten! Der ist da hinten! Der ist da hinten! Zum Schloss irgendwo hinten hin! Da! Wäre geil, wenn der die Bombe hat und den jetzt einfach nicht und uns alle wegholt! Glaubt er nicht! Das kann eigentlich nur ich! Nice! Boah, Hector, du bist so geil! Also, last nice, ne? Was? Nimm ihn von hinten, Kräger! Ja, sehr logisch! Ich sag's doch! Der Kräger, der hat Slender Pro, Alter! Der ist immer von hinten! Immer! Ja, komm! Bei so nem Affen, der sich da hinten hockt! Nächste Runde mach ich ne Messerrunde! Das war Otto Behinderpiss, Part Nummer 83! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Dankeschön! Der wird nächste Runde nochmal mit dabei sein! Und tschüss! Und Kräger, bitte nicht so viel reinfeeden hier, ja? Das ist okay, ja!